hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video schön dass ihr wieder mit dabei seid in diesem video geht es um den nächsten deal der black friday 2020 woche und diesmal geht es um einen echten allrounder im segment saug und wischroboter das heißt wenn ihr auf der suche seid nach etwas günstigem was allerdings was taugt dann passt hier definitiv auf es geht um den ultenic d5s der kostet standardmäßig 219 euro und heute bekommt ihr ihn für 153 euro das heißt ihr könnt hier satte 65 euro sparen richtig richtig guter preis denn das teil ist wirklich ein allrounder in sämtlichen segmenten wir werden uns gleich einmal anschauen was er alles leistet wie immer habe ich euch natürlich den link zum deal einmal in die infobox rein gestellt dort gibt es auch noch mal alle technischen details für euch seid ihr nur definitiv schnell ich weiß wie immer nicht wie lange hier dieser deal gültig ist und erfahrungsgemäß sind die die jetzt auch relativ schnell ausverkauft deswegen nutzt das definitiv aus der ultenic d5s ist einer der staubsauger roboter die tatsächlich erstmal durch die verarbeitung durchweg überzeugen muss man sagen sehr sehr schick gemacht das ganze sehr einfach sehr überschaubar und vor allen dingen hier wird alles mitgeliefert was ihr benötigt um das ding nicht nur ein paar monate betreiben zu können sondern definitiv über einen sehr langen zeitraum denn ersatzteile sind hier en masse mit dabei was ich top finde erstmal ersatzreinigungsbürsten ersatzepa filter ersatzwischtücher also wirklich alles was man hier benötigt wofür man auch bei anderen herstellern das haben wir schon mehrfach bemängelt die deutlich teurer sind echt ordentlich drauf zahlen muss ist hier standard das ganze wird mitgeliefert mit einer fernbedienung das heißt ihr könnt ihn auch via fernbedienung steuern und selbstverständlich auch direkt mit dem wassertank auch hier ist euch dann wirklich jeder weg offen dass ihr direkt entscheiden könnt ich möchte das ding eher zum wischen oder zum saugen einsetzen eingerichtet ist der ultenic d5s wirklich super super schnell man hat eigentlich über das app interface die möglichkeit ihn wirklich innerhalb von wenigen sekunden einzurichten kann das allerdings noch etwas feiner der meinte kalibrieren so dass man ihn auch direkt schon auf zeitpläne programmiert hier beispielsweise reinigungszyklen festlegt und natürlich kann man auch die intensität festlegen was ich hier gut finde seid ihr im wischmodus könnt ihr einmal die wischintensität tatsächlich über die zufuhr von wasser festlegen und im umkehrschluss könnt ihr einmal die saugkraft festlegen wenn ihr im saugmodus seid das heißt ihr könnt hier auch ein bisschen rumspielen wenn die böden beispielsweise stärker verschmutzt sind oder ihr saugt zu einer ja sag ich mal etwas späteren uhrzeit und möchte die nachbarn nicht stören dann könnt ihr das alles hier perfekt mit kalibrieren ein weiterer großer pluspunkt ist tatsächlich dieses große schmutzaggregat was hier mitgeliefert wird unfassbar da hat sie ultenic wirklich was bei gedacht das heißt ihr müsst dieses ding nicht jedes mal leeren wenn ihr ein abgeschlossen habt das haben wir bei anderen robotern immer schon erlebt das heißt da müsst ihr nach jedem reinigungsvorgang im prinzip einmal den korb leeren sonst wird das tatsächlich nicht mehr funktionieren beim zweiten hier könnt ihr ihn wirklich sehr sehr oft fahren lassen ohne dass es da tatsächlich irgendwelche probleme gibt mit 2200 pa da wirklich eine sehr sehr gute saugleistung muss man sagen dies fällt insbesondere auf gerade wenn ihr unterschiedliche mischböden habt wenn ihr mal in der küche etwas mehr verschmutzung habt dann reinigt er tatsächlich sehr zuverlässig und durch die wirklich gute achsen federung habt ihr auch gar keine probleme mit teppichen ich habe hier wie immer den endgegner einmal für euch im video drin das ist mein lang flor und etwas ja dünnerer floccati den säbelt der einfach durch also den macht er nicht kaputt aber da geht er durch wie butter und macht ihn wirklich perfekt sauber sehr sehr guter roboter auch für diesen zweck muss man wirklich sagen durch die niedrige höhe passte auch durch die meisten möbelstücke das ist natürlich auf grundlage dessen entstanden dass man hier keinen laser turm verbaut hat dadurch habt ihr eine live navigation das heißt er zeichnet während des reinigungsvorgangs eine live karte diese karte kann man allerdings nachher nicht zum navigieren verwenden wenn ihr so einen roboter sucht würde ich euch in richtung simum 6 oder sigma spark einmal die roboter empfehlen die tatsächlich dann in diesem niedrigpreis segment so eine funktion bieten allerdings kosten natürlich deutlich mehr als 153 euro das heißt dieser erfüllt absolut seinen zweck und macht das was er soll allerdings wenn ihr bereiche begrenzen möchtet dann müsst ihr das einmal mit dem begrenzer machen allerdings funktioniert auch das dann sehr sehr zuverlässig der ultenic d5s dann auch mit wischfunktion ausgestattet wie bei allen saug und wisch robotern hier nur der kleine hinweis wenn ihr fest verkrustete stellen habt dann würde ich die erstmal erstmal manuell reinigen und wenn ihr hier dann den ultenic in dem fall fahren lasst und lässt ihn wirklich regelmäßig reinigen könnt ihr diese stellen ohne probleme sauber halten jedoch sind die tatsächlich nicht für hartnäckige verschmutzungen da die wischroboter sondern eher um eine fläche wirklich regelmäßig tonus mäßig zu reinigen und dann tatsächlich auch sauber zu halten das schafft er auch und das funktioniert auch ebenfalls sehr sehr gut sehr zuverlässig da bleiben auf jeden fall erstmal keine wünsche offen der ultenic d5s wie gesagt heute im deal anstelle von 219 für 153 euro deswegen nutzt das aus wenn ihr auf der suche nach genau so einem roboter seid link zum deal ist einmal für euch in der infobox dort auch noch mal alle technischen details wenn ihr fragen habt zum ultenic gerne einfach alles einmal in die kommentare schreiben ich versuche natürlich so schnell wie möglich alles für euch zu beantworten dass ihr dementsprechend noch rechtzeitig diesen deal wahrnehmen könnt bis dahin würde ich mich unfassbar freuen wenn euch das video gefallen hat wenn ihr dem video einen daumen hoch da lasst gerne hier auf youtube auch ein abo da lassen dann seid ihr auf dem aktuellsten stand bis dann wünsche ich euch alles 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 gute passt gut auf euch auf bleibt gesund und bleibt natürlich smart macht's gut leute bis zum nächsten video ciao bis zum nächsten Mal